Die Big Mac Soße ist nun auch endgültig in deutschen McDonalds Märkten angekommen. In einigen McDonalds Filialen kann man sie jetzt schon kaufen, auch sogar einzeln kaufen, nicht überall. In Australien oder Neuseeland gab es sie auch schon mal. Es gab sie sogar irgendwo schon mal als Flaschen. In Deutschland gibt es von Devilly eine Burgersoße, die so ein bisschen in die Richtung Big Mac Soße geht und lassen die kleinen Einzelportionen nur kurz haltbar, nicht so lange haltbar. Und wir öffnen sie mal und schauen mal wie sie aussieht. Da hat man die Soße und 25 Milliliter sind drin. Auch die typischen Gurken-Zwiebel-Mischung ist drin. Machen sie mal noch auf dem Brot. Senf schmeckt man. Und für jeden Big Mac Fan glaube ich eine gute Bereicherung. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Chili-Cheese-Soße von Burger King.